Heute haben wir schon bereits Tag 23, das heißt 30 Squats. Sie werden heute ein bisschen anstrengend, indem wir heute unser rechtes Bein ausbalancieren und wir spreizen das linke ab. 15 Mal auf der Seite, dabei gehst du aber tief. Das soll der eine Squat sein. Also du bleibst hier aber unten statisch isoliert, ganz feste im Bauch und dann wechseln wir nach 15 Squats auf die andere Seite. Okay, gut, dann atme nochmal tief ein und aus und es geht direkt los. Dann komm in eine Position, festes Standbein und balanciere dich aus und es geht los. 10, 9, 8, 7, 6, komm tief, komm tief, 5, 4, 3, 2, 1. Ganz langsam kontrolliert nochmal. 5, 4, 3, schöne Übung für den Popo, 2, 1. Oben halten, oben halten, oben halten und löse. Komm auf die andere Seite ohne Pause, balanciere dich aus, finde deine Balance und dann komm hoch. 10, 9, 8, langsam kontrolliert. Okay, noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm tief, 1 und nochmal 5, sehr schön, 4, 3, 2, und der letzte. Halten, 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 halten. Super. Wir haben heute schön den mittleren Anteil der Schultern trainiert. Morgen hast du einen Tag frei und dann sehen wir uns wieder. Mach's gut, tschüss.